So, dann machen wir das Ding wieder zu. Da war nämlich keiner dran. So. So, dich bringen wir mal hier in die Ecke jetzt. Damit dich auch ja niemand findet, bringen wir dich mal hier hin. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Drehen sie in den inneren Hafenbereich ein. Da haben wir... Moment, kommen wir nicht von da? Hm. Ich weiß es nicht. So, okay. Jetzt müssen wir also immer geradeaus. Gut. Ach so, habe ich... Ich habe nur die... Ach ja, ja. Ich habe also wirklich nur die Dokumente einfach verliegen gelassen. Oh Mann. Naja, egal. So, jetzt arbeite ich aber mehr mit der Karte. Genau, dadurch. So, und jetzt können wir hier hin, ne? So, da ist die... Ach. Da ist die Brücke. Genau. Und wo kommen wir jetzt hier wieder rüber? Jetzt haben wir noch das selbe Problem wie eben, oder? Naja, jetzt sind die Kisten... Ah, okay, alles klar. Joa, Soldat, Soldat. Okay, alle klar. Weiter geht's. Licht über Hamburg. Inferno. The second part of the plan could begin. The pilots were eager to deliver their presence, as they called them. There was just one problem. The target could not be seen in the dark. Flares will betray the surprise attack. We've got to get the subs before they die. Deshalb musste ich den Schweren aus dem Boden bemerken. Die Tanker neben dem Quay, würde mehr als genug Licht geben. Eine Explosive-Karge wäre genug, um die Nacht in die Nacht zu drehen. Es musste irgendwo in diesem Schweren-Karber sein. Ich musste nur sie finden. Okay, also müssen wir jetzt nur noch dafür sorgen, genau, finde Sprengstoff, dass es wieder bumm bumm macht. So, Medikids, guck mal kurz hier durch. Steht einer, aber wir sind direkt im Dunkeln. Perfekt. Okay, bewegt er sich da hinten? Ich hoffe, der kommt jetzt nicht zurück, sonst habe ich ein Problem. Puh, Schwein gehabt. Uff! Alter, habe ich mich ja zerschreckt, ey. Boah. Ja, toll. Das ist auch komisch. Manchmal kannst du neben denen stehen und es passiert nichts und dann gibt's... Naja. Genau. Und jetzt gehst du mal vor Spannung weg. So, jetzt holen wir uns den direkt. Jetzt weiß ich ja, wie die Typen gehen. Nicht dahin pissen. Mensch. Das macht man doch nicht. Johannes. So, jetzt ziehe ich dich mal da hin. Und dann gucke ich mir erst mal an, was du hier Schönes hattest. Oh, ein Spind. Nee. Da warte ich lieber. Obwohl, ich habe hier keine Munition. Komm. Ich komme da jetzt nicht genau da durch. Ja, jetzt... Jetzt bräuchte ich Morphium. Wieso? So, was ist denn? Ob ich das probieren sollte, da reinzugehen, den kalt zu machen und dann den? Hm. Jetzt guck nicht nach links, bitte. Jetzt. Ich wusste es. Scheiße. Ach. Verdammt voll daneben geschossen. Miststück. Na. Sind das für Ausdrücke, mein Freund? Scheiße. Voll daneben geschossen. Ach ja. So, komm. Hau ab. Na, komm mal her. Komm her, komm her. Ah, willst du wieder hinpissen? Ja, ja. So. War mir klar, dass die das hören, ey. Aber ich will mal die Leuchtpistole ausprobieren. Die ich nicht hab. Haha. Super. Okay. Oh, jetzt machen wir erstmal das Spint auf. Genau. Äh, die Colt her. So. So. So, jetzt aber. Alter, ist ja richtig geil, die Leuchtpistole. Ha. Krass. Okay. Habt ihr irgendwas dabei? Nee. Ah. Dafür wär das gewesen, um das Wasser unter dem Strom zu sitzen. Okay. Was? Sonst ist hier auch nichts mehr. Dann gehen wir mal hier weiter. So, wo geht der denn hin? Habt er stehen? Okay. Joa. Aber die kriegen wir schon. Moment. Ah, Sicherung aus. Bist du das? Und es werde dunkel. So, den ersten haben wir schon mal. Äh, wo legen wir dich am besten hin? Ich würde mal sagen, direkt hier vor die Kiste. So. Ach, hier ist wieder Giftgas. Haben wir die Gasmaske? Joa. Aber auch okay. Oh, was war denn da? Ein Medikid. Können wir jetzt nicht gebrauchen. Okay. Okay, der steht. Und wer macht den Treck jetzt wieder weg? Da ruft er die Putzfrau. Ach. Ja, schön. Und direkt immer wieder von hier. Toll. Ach, da rechnet auch keiner mit, dass da Licht angeht, ey. Aber durch den Strom, den wir da jetzt einstellen können, habe ich eine Idee. Ja, die Typen alle machen, ohne großartig unsere Munition zu verprassen. So, jetzt machen wir uns erstmal die andere Knobbe. Zack. So. Ja, hier können wir nämlich durch. So. Wo steckst du? Hör mal raus! Scheiße! Jetzt wird abgerechnet. Alter. Ein Zentimeter weiter und ich untersieht mich, ey. Oh, Mann. Oh, komm, jetzt geh wieder. Ja, ja. Genau, geh mal hier. So, jetzt. So, haben wir den auch. Drück mal hier zu seinem Kuppel legen. Beziehungsweise, ja, so. So, und dann können wir jetzt hier weitergehen. So. Ne, da hast du recht. Aber so soll es doch einfacher sein. Nein. Hier ist keiner. So, erstmal ihn hier wegschleifen. So, den legen wir da hin. Und. Da hast du recht. Ja, die können irgendwie. Die können überall stehen. Oh, da ist einer. Scheiße. Scheiße, der kommt hier hoch. Scheiße. Nicht aus, bitte. Bitte, 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 bitte. Ach. Mensch, das gibt's doch nicht, ey. Okay, jetzt, 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 jetzt pass ich den Routen ab. Ey. Schaut so jetzt voll, ey. So, komm, jetzt machen wir das schneller. Können wir gar nicht. Dreck. Ja, genau, genau, die passiert doch sowieso, ne, ey. So, den haben wir. So, die Knarre holen. Alter. So, dann, äh, ja, würde ich mal sagen, bringen wir den, den, der da steht, mal zum Tanzen, ne? So, ich hätte nicht gedacht, dass das klappt. So. Umso besser. Dann hier durch. So. Hm. Was geht hier vor? Nichts. So. Der kommt weg. Weil der steht uns hier im Weg, würde ich mal behaupten. So. Ja. Hast vollkommen recht. Gehen wir mal, ihn mit daher. Komm, bleib mal stehen. So. Den haben wir auch. Jetzt schaffen wir ihn nur ein bisschen weiter zurück. Jetzt kommen wir hier ein bisschen zurück, damit er seinen Kollegen nicht so direkt in den Armen, in die Arme läuft. Weil, dafür sind wir ja prädestiniert, ne? So. Da ist der nächste Sicherungskasten, okay. Scheiße, den hätte ich mal eben sehen sollen. Mist. So. Hau jetzt das Licht endgültig aus hier. Ja, soviel zu. Das Licht ist endgültig aus. Ja. Toll. Ey. Ohne Witz, ne? Wofür ist ein Sicherungskasten da? Der dient dazu, das Licht auszum- Ey, es gibt's überhaupt nicht, ey. Kann nicht wahr sein, ey. Machen wir das jetzt, glaube ich, schon zum sechsten Mal hier. Ach, Freunde, ey. Wofür ist ein Iyaıyoruz.